Er ist mit Problematik beschäftigt. Er wollte nach Deutschland. Er ist 15 und 20. Und wie weg von Zuhause. Jetzt wartet er bloß. Bis es dunkel ist. Nimm erst seine Sachen. Nur das Bildwichter. Er muss los. Und es gibt niemand. Der du zum Abschied schützt. Er soll ihm nicht kriegen. Er muss schlauer sein als sie. Er hat alles zu gewinnen. Und kaum was zu verlieren. Er hofft bloß, dass er es schützt. Bis zum Abschied. Bis zum Abschied. Dann auch in diesem Tag. Niemand. Niemand. Nur noch stirbt. Er wollte nach Deutschland. Wo man ein Bezug zu gut hat. Und es da bringen. In so einer schönen, bunten Stadt. 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 Und es da bringen. In so einer schönen, bunten Stadt. In so einer schönen, bunten Stadt. In so einer schönen, bunten Stadt. Und er weiß nicht mal, wofür. Ich schielt auf der Insel. War mein Traum vorbei. Die schlärt mich ein. Und seitdem sitzt er hier. In so einer schönen, bunten Stadt. Auch in so einer schönen, bunten Stadt. Auch in der Türkei. Auch in Afrika. Er wollte nach Deutschland. Er wollte nach Deutschland. Er wollte nach Deutschland. Und er wollte nach Deutschland. In so einer schönen, bunten Stadt. Und er wollte nach Deutschland. Vielen Dank.